Moin und herzlich willkommen. Uns heutiges Thema Kill Your Darlings. Aber was bedeutet das überhaupt? Lasst es uns einmal näher anschauen. Es mag auf den ersten Blick etwas brutal klingen, aber Kill Your Darlings? Keine Angst, es geht nicht um wirkliche Gewalt. Vielmehr handelt es sich um eine in der kreativen Welt weit verbreitete Metapher, die eine bestimmte Strategie beschreibt, um die Qualität der eigenen Arbeit zu verbessern. Was bedeutet denn Kill Your Darlings? Kill Your Darlings ist ein Ausdruck, der ursprünglich von Schriftstellern verwendet wurde und auf den berühmten Schriftsteller William Faulkner zurückgeht. Dahinter verbirgt sich der Rat, selbst die Lieblingsstücke der eigenen Arbeit, die sogenannten Darlings, zu eliminieren, wenn sie das Gesamtwerk nicht voranbringen. Wie ist die Anwendung? Es kann in vielen kreativen und geschäftlichen Bereichen angewendet werden, auch im Marketing. Vielleicht hast du eine Kampagnenidee, die dir sehr am Herzen liegt, aber die Daten zeigen, dass sie bei deinem Publikum nicht gut ankommen. In diesem Fall wäre es ratsam, deine Lieblinge zu töten. Das heißt, die Kampagne zu überarbeiten oder sogar zu verwerfen, um das Gesamtergebnis zu verbessern. Hier einmal ein Beispiel. Angenommen, du bist Designer und arbeitest an einem neuen Logo für ein Unternehmen. Du hast eine bestimmte Designidee, die dir besonders gut gefällt. Das ist dein Darling. Aber jedes Mal, wenn du das Design testest, bekommt es negative Bewertungen. In diesem Fall wäre es klug, dein Darling zu töten und ein neues Design zu entwickeln, das den Bedürfnissen und Erwartungen des Unternehmens besser entspricht. Also, worauf musst du achten? Es gibt drei Punkte. Sei objektiv. Versuche dich von deinem persönlichen Vorlieben zu lösen und deine Arbeit objektiv zu betrachten. Es geht nicht darum, was dir am besten gefällt, sondern darum, was das beste Ergebnis liefert. Zweiter Punkt. Nutze Daten. Wenn möglich, verwende Daten, um deine Entscheidung zu untermauern. Was sagen die Testergebnisse? Wie reagiert dein Publikum? Dritter Punkt. Sei mutig. Es kann schwierig sein, deine Lieblinge zu töten. Aber manchmal ist es notwendig. Sei mutig und führe die notwendigen Veränderungen durch. Fazit. Kill your Darlings kann eine harte, aber lohnende Übung sein. Es erfordert mehr Mut und Objektivität, kann aber zu besserer Arbeit führen. Ob du ein Autor, ein Designer oder ein Marketingfachmann bist, diese Strategie kann dir helfen, deine kreativen Fähigkeiten zu schärfen und dein Bestes zu geben. Denke daran, es ist kein Zeichen von Misserfolg, wenn du deine Favoriten tötest, sondern ein Zeichen von Reife und Engagement für hervorragende Arbeit. Das war's von mir. Vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.